Lüttelü Lüttelü So Da ist noch so ein Kikiborienkrieger Gehen wir auf Stark Auf einen Wolf Jetzt ist er nicht mehr da Jetzt hat er sich verzogen Im Sumpf Was haben wir? Ich glaube Bär, Tiger und Falken Ne Ah, da ist dieser Höhleneingang Na gut, hier ist noch ein Leichnam, haben wir den noch nicht durchsucht Sieht nicht so aus, was haben wir hier? Temerische Rogenwortgar mitnehmen So, dann kann ich jetzt eigentlich Ja, komm, geh mal rein Ich meine So dunkel war es in der Höhle jetzt auch wieder nicht Ich kann mich nicht mehr erinnern, doch ich glaube Das war die Höhle, in der es dunkel war, oder? Wo ich meine Fackel gebraucht habe Jo, kann sein Weiß ich nicht mehr so genau, aber Wenn uns Ja, komm Genau So, und dann rennen wir rein Pass auf, jetzt machen wir noch schnell Quen Und Go Und dann gehen wir wieder auf Art Und dann hauen wir den Blatt Aha Dich haue ich Blatt Yeah Zack Okay, ich ziehe ihm nicht so viel ab Aber jetzt pass auf, wenn dir noch ein zweiter dazu kommt Dann mach ich Mehrfach Zack Dann jetzt gehe ich ab Tschüss Aha Einer ist schon tot, glaube ich Und so war ich zu schnell Aha Yeah Der down Aha Und dann holen wir uns den auch noch Das hat nicht so funktioniert wie ich gedacht habe Schade Aha Ja komm Halt jetzt die Fresse Äh Aus dem spritzt schon das Blut raus Bumm Und dann Pass mal auf Gebe ich dir den hier Tschüss Tut mir leid Kind Dass du das sehen musst Ich zeig's dir nicht Yeah Zwischensequenz Bitteschön Wir sind gerötter 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 Wie bist du überhaupt so schnell hierher gekommen Hat ihr das gehört, Leute? Wir gehen nach Hause Was wisst ihr über die Salamandra? Wir haben uns in einem Lager Ja, ja Eine Gruppe könnte im alten Holzschlag gebieten Man bei den Holzfällern Okay Dann wieder hier raus Hätte keine Überreste oder so hinterlassen Doch hier Gibt's einmal Überreste Schwalbe Dankeschön Können wir immer gebrauchen Knabe Leichte Keule Überreste Das ist nur noch Fett Dann haben wir aber einen schönen Ring Und noch eine Schwalbe Ach die Nehm ich die so gleich? Ne Was ist das da? Zwischen der Schwalbe und Was für eine Schwalbe habe ich Ah, was für eine Schwalbe habe ich da oben drin? Kann ich das nicht dazu machen? Doch, kann ich dazu machen Na also, da haben wir schon wieder vier Schwalben gesammelt Ja, ich schau aber jetzt nicht alle Überreste an Jo, jetzt looten und leveln Das gehört Das muss drin sein im Spiel Das stimmt zwar, aber Haben schon genug gelootet und gelabelt Wenn wir mal 100 Folgen Jetzt haben wir schon bald 100 Folgen zusammen Ich weiß gerade gar nicht welche Folge wir sind Aber wahrscheinlich schon über 80 Ja, ich glaube wir sind schon über 80 Ich habe erst gestern gerendert und hochgeladen Also The Witcher habe ich glaube ich gerendert Aber ich glaube bei 81 ist das verstehen geblieben Für euch geht es natürlich nahtlos weiter Ein Tag nach dem anderen kommt ein neuer The Witcher Teil Und das ist unglaublich, dass ich schon fast 100 Tage The Witcher hochgeladen habe Naja, ähm Ich habe jetzt nicht jeden Tag eine Folge aufgenommen Aber Es ist unglaublich wie lang dieses Spiel geht Ich meine jede Folge 10 Minuten 100 mal 10 Sind 1000 Minuten Haha Ja, ihr wisst schon Genug Zeit auf jeden Fall So Mhm 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 Bumm 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 Sind alle schon tot? Dann kriegst ihr den ab Tschüss Doch Oh, der ist übel gewesen Alter, was habe ich mit dem veranstaltet Haha Haha Da, da hinten ist er wieder Er ist schnell aus der Hülle rausgekommen Mhm Drogen, alter Mhm Hehehe, ich bin eine Armee Danke Ja, okay So, dann gehen wir noch weiter Den habe ich ordentlich umgehauen, ne? Das war ein geiler Finisher, alter Nicht schlecht Zwergenbrand aus Mahakana Noch ein Ring mit Rubin Ah, noch einer Hätte ich den vielleicht War das der richtige Ring? Ich meine, ich habe Sex bekommen, aber ich glaube Das war der richtige, oder? Ich hoffe es einfach mal Ich hoffe einfach mal, dass ich hier den richtigen Ring mit Rubin gemacht habe Weil das sah anders aus Ah, jetzt ist es eh schon zu spät Hm Oh, mein Handy klingelt Bumm So, Handy vor dabei Sind wir wieder am Stiesel Yeah Äh, wo waren wir schön geblieben? Irgendwas mit Anderling-Lager, ne? Huiiii So, schon wieder Ups Ja, ich kann gar nicht springen Wollte ich gerade springen Aha, ertrunkene Tote Kiki Morena weiter Aha, aha, aha Aha Hier gehen wir mal Schön vorbei Vielleicht auch nicht Zack, zack Hallo ertrunkene Tote Zack, zack Tschüss Tschüss Bumm Einer tot Mhm, so Beide tot Und du bist auch tot Oh, schon tot Das ging schnell So Wo sind sie jetzt? Wo ist das denn? Das Anderling-Lager Moment Das ist nicht das Anderling-Lager Das ist Waskas Hütte Nein, Waska Lasst sie in Ruhe Die alte Frau muss leben Ich muss ihr noch Was erzählen Was wichtiges Glaube ich Ja Ja, ich sollte ihr noch was wichtiges erzählen Ah, shit Bitte lasst sie in Ruhe Hier ist ein Ort der Macht Hey, hallo Kann ich, darf ich nicht? Das ist schade Mhm Tschüss So, Ort der Macht Einmal Ritual der Magie Dankeschön Und Ich glaub Achso, ich muss jetzt gar nicht mehr Die sind alle fröhlich Ich hab ja schon alle besiegt Okay Dann war das einfacher als gedacht Aha, ja Ja Interessant Was machst du gerade? Ich hab, ich hab nur gerade nur Ich bewege hier gerade nichts Ich Bewege hier nur die Maus Ich hab nur einmal auf Waska draufgeklickt Was? Ich habe alle Ziegelbrenner befreit Sie informierten mich über die bösen Taten der Salamandra Ich danke euch für eure Tapferkeit Bitteschön Wenn ihr die Banditen vernichten wollt Sucht den Hierophanten im Hain auf Die... Hierophanten Ich weiß, wie man euch am besten entlohnen kann Hm? Ich gebe euch den Segen der Wassergut Ja! Ihr dürft in den heiligen Wassern des Sumpfes baden und vor Ja, geil, Alter Fett, Alter Yes! Ich darf baden, Alter Yeah! Geilo! Moment Nee Ich dachte, ich hätte gerade was gehört Komische So, äh, ja, ich muss mit dem Hierophanten sprechen Einmal auf der Karte verfolgen Da, einmal wieder durch den kompletten Sumpf latschen Ja, muss auch mal sein So, was war das jetzt? Aber jetzt muss ich kurz überlegen Habe ich jetzt gerade Das war so Und... Ach, das mache ich gerade Oh, tut mir leid Ich bin mega überlegen Ich bin total durcheinander Wegen diesem Anruf Ich meine, ich habe die Aufnahme gestoppt Klacho Hätte sich auch weiterlaufen lassen können Aber... Nö So, Überreste, Überreste, Überreste Die räumen wir auch nicht weg Können wir uns machen, was ich will Da hinten ist noch ein Ort, da macht's eh Ah, komm, lass mich doch in Ruhe So, ich habe keine Zeit für euch Nein, das ist ein Altarm der Militäle Ah, da habe ich das Ding direkt daraus bekommen Und dahinter ist ein Ort der Macht Kann ich eigentlich nicht zu dem Ort der Macht teleportieren? So, ich will in den Hain Warum regnet es jetzt schon wieder? Ja, ich darf hier baten Wollte ich schon immer